Hallo, mein Name ist Matthias Feld und ich bin Teil der Pflegedirektion hier am Caritas Krankenhaus in Leber. Und wir suchen genau dich für unser Pflegeteam. Wir suchen dreijährig examinierte Pflegekräfte sowie examinierte Pflegeassistenten oder examinierte Pflegehilfskräfte. Du hast eine dieser Ausbildungen? Dann komm doch zu uns ins CKL-Team. Mein Name ist Lisa Kallenborn und ich arbeite als Stationsleitung auf der Hämato-Onkologie. Mein Name ist Ann-Kathrin Berger, ich bin die Stationsleitung der inneren Abteilung. Unser Krankenhaus gehört zu einem großen kirchlichen Träger der Cusanus Trägergesellschaft Trier. Nach diesem großen Netzwerk profitierst du hier von vielen tollen Benefits wie zum Beispiel einer attraktiven Vergütung dank den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritas Verbandes, einer zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge, einem trägereigenen Fort- und Weiterbildungszentrum und vielen tollen Mitarbeiterangeboten wie zum Beispiel ein Bike-Leasing-Angebot oder Verkünstigungen bei vielen Marken. Damit du dich direkt wohl bei uns fühlst, findet jeden Monat ein Willkommenstag für alle neuen Mitarbeitenden statt. Circa 500 Kolleginnen und Kollegen arbeiten hier im Herzen des Saarlandes, Hand in Hand und davon sind 200 allein von der Pflege. Ich bin die Katrin, ich arbeite seit zweieinhalb Jahren hier auf der interdisziplinären Intensivstation. Die Arbeit macht mir Spaß, wir haben nette Kollegen und wir freuen uns über Zuwachs. Wir freuen uns auf neue Kolleginnen und Kollegen, die Freude am Pflegeberuf mitbringen, gerne im Team arbeiten und Lust darauf haben, sich bei uns weiterzuentwickeln. Mein Name ist Sven, ich bin Anästhesiepfleger hier im Leberer Krankenhaus und wir suchen für unser Team genau dich für die Zukunft des Leberer Krankenhaus, denn bald gibt es unseren Neubau. Denn auch mit unserem Ersatzneubau können wir auch in Zukunft einen modernen Arbeitsplatz mit viel Entwicklungsspielraum bieten. Ich bin die Luna, ich arbeite hier als OTA und ich arbeite hier, weil es ein super abwechslungsreicher Beruf ist. Man hat richtig nette Kollegen hier und mir macht die Arbeit auch richtig Spaß. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, Teil unseres Teams zu werden, dann klicke bitte auf den Link, beantworte uns ein paar kurze Fragen und wir werden uns bei dir melden. Wir freuen uns auf euch! Jawohl!